Es sind Ferien und diese beiden Jungs hier, die haben jetzt ganz viel Zeit zum Üben. Sie heißen Moreno und Maurizio, sind neun und zwölf Jahre alt und echte kölsche Jungs. Wie viele von ihnen lieben sie Hip-Hop, aber für sie ist Hip-Hop noch mehr, viel mehr. Sie tanzen gerne, wie hier, auf einem Rap von Eminem. Und gerade sind sie sogar dabei, ein kölsches Hip-Hop-Lied auf die Bühne zu bringen. Maurizio und Moreno Rekatsch tanzen für ihr neues Video. Die beiden Brüder drehen mit Vater Patrick und der Choreografin eine Hip-Hop-Version des Höhner-Songs. Sie tanzen vor einer grünen Fläche, die wird später durch Motive ersetzt. Seit sie drei, vier Jahre alt sind, tanzen die Brüder und messen sich bei Wettkämpfen auch mit anderen Hip-Hopern. Sie sind bereits Deutscher, Europa- und Vize-Weltmeister. Dennoch haben sie vor den Auftritten immer noch Lampenfieber. Bei mir, wenn ich halt aufgeregt bin, dann habe ich so ein leichtes Kribbeln in den Beinen manchmal auch. Und wenn ich dann so, also wenn ich so das alles richtig möchte, dann mache ich das halt einfach zum Beispiel über Auftritt. Also beim Tanzen, also eigentlich nur bei den Wettbewerben, da war, also beim ersten Mal war ich ein bisschen aufgeregt, aber dann als ich auf der Tanzfläche war, dann war alles gut. Ich habe einmal dieses und wenn du willst auch noch ein bisschen mehr habe ich ausgelassen. Soll ich das auch auslassen oder mitsingen? So wie du es gesungen hast. Das hier dann. Ach, das wird eigentlich durchgestrieben und wenn du willst. So, das hier, das hier. Der Refrain. Aber ich dachte, das sollen wir nicht sehen. Ja, das nicht. Ich trage dich auf Händen, ich bleib dir ewig treu. Im Zweifel hab ich immer ne Zwei-Füße dabei. Im Tonstudio. Für ihr Video singen Maurizio und Moreno den Höhner-Song nacheinander ein. Ich schenk dir meinst, nur die Liebe zählt. Es ist ein neuer Brauch, er bringt uns beiden Glück. Mit dem Video möchten sie sich bei Karnevalsgesellschaften bewerben. Dafür singen und tanzen sie vier bis fünf Mal pro Woche. Schon in der nächsten Session möchten die Brüder auf der Karnevalsbühne stehen. Doch sie haben viel mehr vor. Also mein größter Traum wäre es, in New York in so einer Riesenhalle aufzutreten. Mein größter Traum wäre auch, dass ich Sänger bin und vor vielen Menschen auftrete. So wie bei ihm eigentlich. Und mit dem Tanzen? Nur singen? Nee, auch tanzen. Tanzen und singen. Und sollte das mit der großen Bühne nicht klappen, wollen sie vielleicht Jura studieren, wie ihr Vater.